Hallo und herzlich willkommen zu Starbound mit den verrückten drei anderen. So jetzt fliegen wir gerade zum anderen Planeten. Ich bin vorhin schon mal hier losgeflogen, die sind alle jetzt hier reingepackt. So bin ich mal gespannt was wir jetzt für einen Planeten kriegen. Ist direkt der Nachbarplanet? Baut sein Schiff ab! Nein. Jetzt hört auf. Hör auf. Ich hab ne Lampe. Was? Was? Warped the Planet. Was ist das denn? Pilzplanet. Guck mal was hier auf uns wartet. Pilze! Mushrooms! Schaut euch mal die verrückten Viecher da vorne an. Was ist das denn? Der Oberpilz. Klasse Scheiß. Ein Pilzhaus. Kann man mit dem sprechen? Warte. Warte. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Wow. Krass. Hast du die Pixel? Ne kill den aber nicht. Krass. Schusswaffen und so. Vorsicht. Ich wollte nur die Pixel haben. Die Kiste nehm ich mit. Du bleibst hier drin. Pilzbau. Mein Freund. Die können wir noch gut zu brauchen. Ah er wurde zu viel schleimt ist er wieder nicht eh. Pilze. Mega Pilzattacke hier. Mushrooms. Ah tötet ihn. Sollen das jetzt Bäume sein oder soll das Essen sein? Das soll Essen sein. Essen und Bäume. Und fällen. Und anfangen. Oh. Pixel. Oh. Das ist ein Haus. Das ist ein Haus. Attacke. Höh. Schnell. Lauf. Nutze deine bionischen Beine du lahme Sau. Pixel. Klaut dich alles. Pixel. Das ist aber schön das Haus. Das nehme ich mit. Was ist denn das? Mushroom Block. Wie geil. Ach ja. Das Haus hier würde ich jetzt mal benutzen. Hör auf dann abzubauen. Was? Das Haus würde ich jetzt benutzen um unsere Sachen einzulagern. Ja. Okay. Hat irgendjemand diese Kiste hier unten gesehen? Nein hat keiner gesehen. Ich hab ein Blueprint. Was? Was für ein? Äh warte. Mushroom Door Bloop. Ich hab auch direkt schon ne Kiste. Von dem netten Pilz. Ja. Ich pack mal jetzt unsere ganzen Ohre hier rein. Und die Baren. So. Was? Das ist voll die mickrige Kiste. Ja. Wär ja auch nichts für. Dann stell ich ne andere dahin ey. Boah ich boah erstmal wieder meine Hunting Knives. Diese Waffe die ich da hab. Die ist so langsam. Ich stell mal ein paar Bäume wieder auf hier. Ist ja echt hässlich. BAM 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 BAM. Der Affe mit der Waffe kommt. So. Benni ich unterstütze dich. Yay. Seid ihr jetzt direkt schon unter Tage gegangen hier oder was? Rock'n'Roll. Hier oben ist irgendwas. Irgendwas. Ey die sind unter Tage. Ne wir erkunden gerade. Achso. Wartet auf uns. Was ist das denn? Plantagen? Ist das Bambus? Zack. Oh hier können wir anpflanzen wa? Zucker ist das. Nice. Alles mitnehmen. Ja ich... Ne hier kann man direkt anpflanzen. Wo ist denn jetzt? Hier wird irgendein komisches Viech äh angegriffen. Ja hier wurde so ein Floraner angegriffen. Boah hier kann es ja richtig viel machen wa? Also wenn jemand unser Eisen sucht oder so das ist hinten in dem Haus da was wo er leer geräumt hat. Kann man mit ihm auch reden? Mal gucken. Nö. Hau ab. Gestirb. Töts. Warum sind noch mehr Häuser? Jo. Ich baue mich mal hoch da. Wir kommen von unten und unterstützen dich von unten. Niederlich. Tocke. Viel Schaden machen die ja nicht. Was ist das denn für ein Haus hier? Was ist das für ein Ausklag? Kacke ey. Patsch. Herzlich willkommen bei den Pilzen. Sie bauen unlogisch. Leder. Seit wann gehen Pilze ne? Schon wieder in Gefängnis. Was ist das denn hier? Wir sind in einer reinen Gefängnis Galaxie gelandet glaube ich. Hier sind Pilze eingesperrt. Hier gibt es die Magic Mushrooms dann zu besorgen. Attacke. Hm. Also doch keine Pilze. Au au. Warte. Ich kriege den. 73 Pixeln. Bären. Oh. Ich schnetze mich hier einfach durch. Das ist lustig. Boah wie das wieder ruckelt. Das ist doch nicht mehr schön hier du. Pfff. Stimmt bei mir ruckelt's auch. Es geht. Sagt der Streamer. Streamer. Oh ich sterbt gleich Hilfe. Helft ihm nicht. Ich loose ihn. Warum? Ich hab doch nichts. Doch doch. Die geben auch irgendwie nicht wirklich viel Pixel ne? Ne. Drei oder so meistens. Und tschüss. Oben ist einer mit der Waffe. Wie er weg springt und in mein Team rein. Opfer. Boah ich will hier weg. Das ist ja schlimm hier. Warum ist hier ne Pflanze mit dir? Einfach da durchgelaufen. Hey verarsch mein Affensound nicht. Hier fliegen Pixel hinterher. Wow in der Kiste waren 125 Pixel. Wie ich den in der Luft fertig mache. Ah ich hab den Oberbösewicht. Hier. Haha. Hat mich zwar fast getötet aber gut. Ja du bist nur ein Roboter. Da ist das nicht so schlimm. Die Kisten sind ja alle schon leer. Ja was habt ihr denn hier veranstaltet. Hast du mir gar nicht zügig gelassen. Ist ja ne Frechheit. Einfach hier nur schnell weg. 50 Pixel. Das hilft mir zu sehen. 90 Pixel. Aber ich muss zunächst auch streamen. Dann hoch wird das einfach nicht mehr so hoch. Lade ich von da aus einfach hoch. Ja das ist leider bei der Konfirmierung wenn es von da aus hoch ist leider nicht so toll. Geht das direkt vom Stream hochzuladen oder was? Ja du kannst wenn du fertig gestreamt hast die Sachen die du halt speicherst kannst du dann hochladen. Na cool. Aber ist halt qualitativ nicht so toll. Also am besten ist eigentlich wenn du dir das ganze mit einer Capture Card abfängst und dann auf einem extra Rechner oder so. Ich würde mal versuchen auch auf dem PC mit der Capture aufzunehmen. Ich habe ja ne Elgato. Ja geht ja. Du musst dann nur das Videosignal und das Sound Signal abfangen. 103 Pixel. Ich habe schon 1600. 1660 Pixel. 1000. Ja. Ich habe 730 nur. Ich habe 609. Endlich ist es dabei das Korockel. Oh mein Gott. Finally. Ich habe Glas. Hier Benni die lass ich dir. Du lass dir eigentlich die Kisten stehen die kleinen. Kann man doch mal gebrauchen hier Jungs. Ich brauche das Schild. Benni willst du das nicht ausholen? Was? Was? Wo? Hier da vorne die riesige Geldkassette. Du brauchst das. Ja mach mal. Du brauchst doch Kohle. Die musst du mit E andrücken. Ach die? Ja gut. Nein. Finger weg. Der töte dich. Der hat Glück. Der hat Glück. Ja. Ich sterbe immer wenn ich da drauf drück. Ja. Könnt doch nicht mehr Menschen töten. Meine robotische Regel verbietet es. Wow. Ich lauf hier eigentlich voll hinter euch her. Ja weißt du. Ihr seid irgendwie blind. Also ich sammle hier die ganze Zeit Onmars Kohle ein. Muss mal gucken hier. Gibt es keine Kohle? Ja doch. Ach nein. Hier ist auch ein Händler drin. Ach. Wir sind hier. Ne. Wir sind wir nicht. Ach scheiß drauf. Gehen wir den einfach. Ey. Der hatte. Hast du gesehen was der hatte? Der andere hat das auch. Der hatte aber ein Blueprint. Nein. Warum hast du ihn gekillt? Du hast ihn gekillt. Du hast ihn gekillt. Nein Schmarrn. Keine Ahnung. Ich habe nicht gesehen ob der ein Blueprint hatte. Ich wollte dich so ärgern. Puh ey. Aber der hat ein Blueprint. Muhahaha. Meins. Du hast ihn gekriegt. Nein. Und die Truhe nämlich auch. Was war das für ein Blueprint? Ach. 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 Seid ihr unter der Erde oder? Sack. Keine Ahnung. Sack. Ah ne Benni ist unter der Erde. Ich bin mal weg. Was hatte der? Was hatte der? Hatte der jetzt einen Double Jump dann töte ich dich. Verheiß. Verheiß. Alter wie viel halten ihr aus ey. Ah. Glück gehabt. Oh hier ist ganz viel Zucker. Jetzt können wir den Affen endlich Zucker geben hier. Alter hier geht es ein weit runter. Ich glaube das bauen wir hinten an. Und dann. Ich lauf jetzt nur noch weit vor dir. Guck mal wie ich aussehe. Ah ist das geil. Wie hast du das denn geschafft? Ich hab so Kopfbedeckung eingesammelt. Jungs zieht euch das rein. Wieso? Wie siehst du jetzt aus? Komm mal her. Komm mal her. Komm euch entgegen. Waaah. 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 Wie so ein Floraner Typ. Krass. Wo hast du den denn gefunden? Ich hab so ne Wache getötet. Krass. Naaah. Waaah. 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 Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Lasst mich alle in Ruhe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tür zu. Oh mein Gott. Waaah. Wo renst du denn rum ey. Hast du irgendwie. Ja links. Geht doch mal links runter. Auf jeden Fall geht es da mal. Alter. Ja. Lass uns alles töten. Waaah. Ich hab kaum noch Leben. Ja. Ach du Heilige. So. Ich kann euch helfen. Der Affe mit seiner Rüstung erschrickt vor nichts. Oh. Oh. Oh nein. Ich hab die Verbände in der rechten Hand gehabt. Verdammt. Boah. Ich hab keine Dickel mehr hier. Ah. Ich hab irgendwas abgebaut. Ja hier. Ah. Ah. Waddup. Waddup. Was hat der denn hier? Nein, lass mir Ruhe. Ah. er wird schon wieder was bekommen ich hab mich einfach dadurch gegraben von und wenn ihr da rumgeampft wir erfrieren hier übrigens so stimmen weiß drauf ist ja ja ich hab eins ich auch ich bin auch fast tot hilfe sieht so scheiße aus voll den kopf behalte ich dachte mein affe sieht scheiße aus ich habe keine emotionen mehr wenn ich den auf aber ihr wisst nicht was ich denke wenn mein lagerfeuer wieder kampf sound ich bin noch nicht voll geheilt sind echt schlecht die verbände weintrauben ein bisschen zeit muss sein stimmt was essen soll ich auch mal hab ich gar nichts dabei ich hab 26 mal fleisch ich koch mal fleisch jetzt hier Was ist denn das hier oben vom Labor? Labor? Das hätte mich fast eliminatoriert Ich hab Angst Gib mir Leder, hat gar nichts dabei gehabt Lampe Was ist das für ein komisches Labor? Ist ja gar nichts Nee, da ist nichts drin, was man braucht Oh doch, das Die Tür nehme ich auch mit So, die andere auch Oh, und das Licht Ah, Mist, das wollte ich nicht Ah, ich sollte mal weiter vorne laufen Ah, Kindervogel, geh weg Oh Nein Lass mich Weg, weg, weg Ich hab schon alles geplündert, ihr Schweine Fleisch Fleisch, immer mehr Fleisch Da kommen sie wieder, die Viecher Oh Wow Bessere Waffe, ey Autsch Oh Bräuchten eigentlich mal Kupfer Nee, ist nix Wir sind drum Oder? Ja, wir müssen Sollen wir rum? Nee Doch, noch nicht Das dauert, glaub ich, noch ein bisschen Äh, kann man den ansprechen? Nein Nein Doch Doch Oh, ja dann, wie tolles Die kaufen jetzt mal ne Waffe Wer ist Lagerfeuer gehabt? Hatte jemand ein Lagerfeuer? Jo, Moment Sehr früher langsam Moment Hier kannst du Schusswaffen kaufen, ne? Ja Aber so gut sind die jetzt auch noch nicht, ne? Naja, lohnt sich nicht, fallen sie nicht zu teuer Ich bin am Erflierern, sehe ich gerade Ich auch Wo ist das Campfeuer? Ich hab zwei Fackeln hingestellt Uh, Campfeuer ist besser Naja, aber provisorisch musste man halt Ja, nimmt einer das Campfeuer mit, ich hab noch eins Ah, dieser Ninja Kiste D-Roy So Ich hab doch hier gerade was eingesammelt Weißt du, irgendwie hab ich das Bedürfnis, den zu töten Warte, ne? Ey Dampf Jetzt ist der Händler tot Hat der sich echt den Schusswaffe gekauft, ich fasst da nicht Wow Wie nur zwei Fallschaden Haben die auch geändert Bäm, bäm, bäm Bäm, bäm Falschaden ist jetzt, glaub ich, prozentual zum Leben, wenn ich das richtig hab, oder? Oh mein Gott, der geht die Kiste looten Halt den Affen auf Halt den Affen auf Zwei Blueprints Verhassten 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 die im Leben Walsch Doch, ernsthaft Die hab ich doch jetzt nicht im Inventar Aber doch, hier Oh, ich kann Was war's? Ich kann nen Helm herstellen Und Was ist das denn? Keine Ahnung Ah, ich hab nen Blueprint Was für ein? Äh, Lampe Das ist ein Schild Ne Lampe, so ne Mushroom Lampe kann ich herstellen Ich hab nen... Nein, jetzt hast du mir... Benni, du hast mir den Blueprint geklaut Was? Oh, Tatsache Was war das? Ein Energy Dash Wow Damit kannst du ausweichen Ich sollte mir mal angewöhnt, mein Inventar leer zu halten, dass ich auch was einsammeln kann Oh, ich hab keine Energie mehr 996 Gold Äpfel Schon groß der Planet Und ziemlich viele Pixel Blueprints 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 Was? Blueprints? Ja Warum tötest du den? Den meinte ich jetzt nicht Generell auf dem Planeten So Ah, da unten, guck mal, da gibt's Gold Sind wir jetzt langsam durch? Ich glaub wir sind durch, oder? Ja, wir sind durch, wenn wir an die Felder wieder kommen Wo wir an das Haus kommen, wo ich die Kiste reingestellt hab Ah, okay Da fangen wir dann auch uns runter zu graben, würd ich mal sagen An der nächsten Folge Bin ich ja mal verhungert da gerade Joa, das macht nix Ich ess, ich ess gleich Fisch Einmal einen Arm gebissen Hab ich nix? Der Fisch ist nicht frisch Perfekt, so Perfekt, so There Oh, das sieht aber gut aus Bisschen Eisen hier einsammeln Zack Ich stimme einfach mal den komplizierten Weg durch den Berg Ich stimme einfach mal den komplizierten Weg durch den Berg Müssen unbedingt noch was an der, äh Und, was sinnvoll ist drin? Über irgendeine Waffe mit neun DPS Vögel! Ja, die ist voll langsam Ja Äh, ja nicht Boah nice Das ging aber flopp Wie lange haben wir ihn jetzt? Wir müssten wieder durch sein Wenn ich mich irre Also Dann haben wir die letzte Folge jetzt noch Bis wir oben sind, wach Bis er, uah Der greift ja an Stirb Ja Das war immer umsinn Joa, ich denk auch das ist ne gute Zeit dann Und ein schöner Abschluss Hier Wenn wir im Haus sind Wo die Kiste steht Das ist ja schon wieder so ein Labor Aber das ruckelt jetzt grad extremst, oder? Ja Ja, bei mir auch Bei mir gar nicht Mit was spielt ihr? OpenGL oder mit der normalen? Normal OpenGL Ich glaub auch normal Ich spiel auch OpenGL Ja Jetzt hat's wieder aufgehört Jetzt zwängt es wieder an Ja Jetzt geht's wieder an Wahrscheinlich ein paar Texturen sind ein bisschen buggy Die extrem viel Ressourcen kosten Warum auch immer Wird ja glaub ich C geschrieben, ne? C++ oder so Nicht Java Bei Minecraft ist ja hauptsächlich in Java Hm Da Habs ja verstanden, wenns geruckelt hat, aber Ja okay, ist ein Liter, ne? Ja Ey, daran merkt man mal wie langsam ihr seid Mein Affe, der zieht hier weg mit einem Speed Ja, du bist schneller in einer Bewegungsgeschwindigkeit, ne? Ja Boah, Kohle Und da unten ist Eisen und Erz Äh, Eisen und Erz Ja, genau Eisen plus Erz Und Snickers Was? Mein Stream hängt gerade Okay Also in meinem Stream sieht's halt flüssig aus Das ist das Lustigste an der Sache Wie viel Leder hab ich denn jetzt mittlerweile? Es sind zwölf Müsste ich mir eigentlich schon was machen können, ne? Hm Theoretisch Wir versuchen jetzt wieder hier hinter euch her zu kommen Ja Wir essen jetzt hinter uns noch, der Fisch ist ja hinter uns Ja Benni ist ganz vorne glaub ich Hm, ne Nicht ganz vorne Aber fast Der Affe ist vorne Der hätte hier versucht irgendwas abzubauen Nicht eingesammelt Mein Gott, was ein Berg, ey Mein Gott, was ein Berg, ey Ah, Mountain Charge Krass Krass Der Schönste muss vorne laufen Lass mich da vorne Du bist der hässlichste von allen hier mit deinem komischen Hornhaus Ah, hier waren wir schon Hier waren wir schon So, wir sind rum Unser, äh, ja Na klar Wer hat denn da einen Tonlieger gehabt? Ich glaube es war ich Ja, wir sind da Jut Na gut Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge Und ich crafte die nächste Folge auf jeden Fall diesen Mushroom-Helm Das klingt doch nach einem guten Plan Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Vielen Dank fürs Zuschauen Bis dahin Ciao, ciao Tschüss